ja hallo ja was passiert heute auf meinem kanal ja kurze rede langer sinn ein ebay shop hat bei mir angefragt ob ich mal lust habe ein outdoor artikel vorzustellen mit einem kleinen video und da habe ich geschrieben ja klar und habe mich mal überraschen lassen was da kommt also ich wusste nicht was für ein artikel das wird ja und wenn ihr euch auch überraschen lassen wollt dann kommt mal gleich einfach mit oder zeige ich euch mal was ich da bekommen habe und was ich euch heute vorstellen möchte also kommt mit und Musik Musik Hallo, ja Freunde, Ziel erreicht. Um was geht es heute in diesem Beitrag? Um ein zwei Personen Outdoor-Zelt. Das baue ich jetzt auf. Infos dazu gebe ich dann immer während des Aufbaus und blende die auch hier unten nochmal schriftlich ein. Ja, also dranbleiben und jetzt geht es los. Musik Ja, zu dem Gewicht. Das Gewicht ist circa 1,5 Kilo, das ganze Gerödel. Das Packmaß von der ganzen Geschichte ist 35 Zentimeter mal 15,15. Ja, die Heringe, die sind aus Aluminium. Die sehen schon mal sehr gut aus. Das sind also nicht solche Billigdinger, sondern ordentliche. Ja, und die Stangen, die sind ebenfalls aus Aluminium. Alles hier in so einem Beul eingepackt. So sehen die Stangen aus. Musik 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 Ja, das Feld, also das Moskitonetz hier, das ist hier so ein Moskitonetz. Das wird am Boden mit vier Heringe befestigt. Musik Jetzt kommen die Aluminiumstangen. Musik 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 Ja, also der erste Eindruck hier von dem Zelt, der stimmt schon mal. Der Aufbau dauert in Echtzeit ungefähr, wenn man beide Hände frei hat, ich würde mal sagen drei bis fünf Minuten. Ging spielend leicht. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das Zelt aussieht. Ja, das Zelt hat vorne einen Eingang und hinten hier ein Lüftungsfenster, wo auch gleich so ein Aussteller mit dabei ist. Ja, das Zelt ist aufgebaut, macht einen Gorming Eindruck. Aufbau ging eigentlich mühelos. Jetzt zeige ich euch das Zelt. Jetzt zeige ich euch das Zelt nochmal von innen. Ja, das Zelt hat am Ende da so ein Ablauffenster, wie man sieht. Sonst gibt es da nicht viel zu sagen. Sonst gibt es da nicht viel zu sagen. Hier ist auch eine Tasche vorhanden. Am Ausgang auf linke Seite, eine auf rechten Seite. Ja, was hat mir jetzt gut gefallen bei dem Zelt? Ja, erstmal das Gewicht für die Größe. Dann die Aluminiumstangen. Die sind natürlich auch etwas hochwertiger, genau wie die Heringe. Die machen auch einen guten Eindruck. Ja, weiterhin eben der schneller Aufbau. Also wie gesagt, wenn man einigermaßen geübt ist, jetzt habe ich hier auch noch so ein bisschen Wind hier oben, sollte das eigentlich in fünf Minuten gut aufgebaut sein alleine. Ja, der innen drin sind zwei Fächer, eben direkt am Eingang und hinten das Belüftungsfenster. Das ist also, aber ist ja meistens auch Standard bei solchen Zelten. Wobei, wie gesagt, es gibt ja auch Zelte ohne Fenster. Ja, das erstmal zu den Positiven. Ja, jetzt kommen wir zu dem, was mir bei dem Zelt nicht so gut gefällt. Als erstes mal hier der Eingang. Das Ganze geht hier nur nach unten auf und lässt sich dann im Endeffekt hier aufwickeln oder hier unten reinstecken. Das finde ich am Eingang natürlich nicht so gut hier, wenn man da mal nachts rein- und rauskrabbeln muss, wenn man da immer hängen bleibt. Ja, als nächstes, was ich nicht so gut finde, das ist jetzt so die allgemeine Verarbeitung. Ich habe es jetzt so ziemlich mittig aufgebaut, aber da ist jetzt hier so der Abstand etwas größer als hier. Obwohl hier die Naht ziemlich oben mittig läuft. Ja, was mir noch nicht so gut gefallen hat, das ist hier hinten am Fenster dieser Aufsteller. Ja, das ist einfach hier so ein bisschen Luschi-Laschi. Das muss ich mal verstärken. Ja, was noch nicht so gut ist, das ist jetzt hier die Geschichte mit dem Innennetz. Das wird ja eigentlich nur gehalten von den beiden Alustangen. Und wenn ich jetzt hier das Überzelt anspanne, dann verrutscht die Stange im Endeffekt so nach innen. Da hätten sie jetzt hier nochmal oben auch irgendwie eine Sache machen müssen oder zwei so Spannbänder hier an den Dingern nach hinten, dass die Zeltstangen auf ihrer Position bleiben. Ja, kommen wir jetzt mal zu dem Namen. Also ich habe jetzt so ein Zelt hier bekommen, da steht kein Name drauf. Das ist also so ein Noname-Artikel hier von dem Lieferanten. Keine Ahnung, es gab auch keine Beschreibung da jetzt bei oder irgendwas. Das war jetzt einfach nur so im Beutel. Ja, angeboten wird das Zelt unter Mountain Kettle. Habe ich gesehen in verschiedene Shops. Bei Alibaba, bei Ebay, verschiedene Sachen. Ja, da kann man mal gucken. Der Preis geht da. Habe ich festgestellt von ungefähr 45 Euro ohne Versand bis 110 Euro. Das hängt dann von der Wassersäule ab. Da gibt es wohl verschiedene Ausführungen, wo eben verschiedene Wassersäulen vorhanden sind. Habe ich festgestellt. So, ich habe jetzt mein Zelt von Ebay und da wäre der Originalpreis gewesen, habe ich gesehen, mit Versand und Mehrwertsteuer 56 Euro von dem Anbieter. Ja, das zu dem Zelt. Ja, wie es mit dem Zelt weitergeht, werde ich dann sehr wahrscheinlich bei meinen nächsten Radtouren mit Übernachtung sehen. Da werde ich das Zelt natürlich mal im Gebrauch nehmen. Natürlich gibt es hier wieder so einige Verbesserungsvorschläge. Die zeige ich euch jetzt auch nochmal. Ja, ich finde jetzt hier diese dünne Kordel etwas schwach aufgebust. Das werde ich wohl hier wieder auch mit dem Innenzelt verlängern. Dass ich hier für Außenzelt und Innenzelt nur eine Kordel brauche. Da spare ich dann schon wieder eben vier Heringe. Ja, die nächste Verbesserung wird sein, hier die Lasche. Die werde ich etwas verstärken, dass auch das Fenster vernünftig aufsteht. Das ist hier also luschi laschi, schlabbi schlabbi. Ja, und hier mit den Stangen, dass die hier vom Innenzelt zum Außenzelt nicht mehr verrutschen. Da werde ich mir auch was einfallen lassen. Ja, weiterhin habe ich mir schon so eine wasserfeste, stabile Plane. Ein Quadratmeter, 160 Gramm bestellt. Das sind dann ungefähr so um die 380 Gramm, die ich hier, habe ich ausgerechnet, für das Feld brauche. Die ich dann nochmal da drunter lege. So eine absolut wasserfeste Plane, weil hier der Stoff, der sieht wohl nicht schlecht aus. Aber der kommt mir ein bisschen dünn vor. Da weiß ich nicht, ob der so abdichtet, wie ich mir das vorstelle. Dann werde ich auch die Plane etwas länger lassen, sodass dann auch hier der Vorraum noch im Trockenen ist. Ich zeige euch das mal. Das ist hier so ein dünner Stoff. Da kann man auch so durchgucken. Ja, und da finde ich so eine bisschen wasserfeste Plane, finde ich da schon besser. Ja, und wie immer geht der Abbau schneller als der Aufbau. Ja. 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 Die sind auch noch mal mit dem Dichtband versiegelt. Aber ich mach davor noch mal ein Foto. Hahaha. Okay. Ja, das Moskitonetz ist jetzt auch abgebaut, da muss ich nur noch die Heringe rausziehen. Das ist nochmal das Paket von den Stangen. Also sehr kompakt und sehr klein. Von dem bin ich ja richtig begeistert. Ja, so, das Zelt ist jetzt gepackt, alles im Rucksack wieder verstaut. Jetzt machen wir wieder auf den Weg nach Hause. Ja, mein Fazit zu dem Zelt. Also wie gesagt, die Heringe sind gut. Die Stangen auch, ganz kleines Packmaß, auch sehr leicht, Alu-Material. Das Zelt lässt sich schnell aufbauen, schnell abbauen. Habt ihr ja jetzt gesehen. Ja, wie gesagt, das Zelt kostet jetzt so 52, 54 Euro hier bei dem Händler, wo ich es her habe. Ich habe es natürlich jetzt zur Verfügung gestellt gekriegt, also ist es sozusagen bezahlte Werbung. Ja, wie gesagt, für 50 Euro kann man nicht so viel erwarten, aber eigentlich bin ich begeistert. Ja, wie gesagt, jetzt muss ich noch so ein paar Modifizierungen machen an dem Ding. Und dann werdet ihr das nächste Mal im Einsatz sehen bei meiner nächsten Tour. Also von hier aus jetzt hier sage ich mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Euer Jörg, der Gribbelrider. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung. BR 2018